Hallöchen und Willkommen! Was macht ihr hier zu YouTube-Rust-Live? Ja John, wir können uns unterhalten, aber warum habe ich denn zwei Mitarbeiter, die die ganze Zeit nur am tanzen sind? Warum? Och, okay, so können wir eigentlich unser Zuhause umziehen in eine Villa? Noch nicht. So, okay, 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 aber jetzt haben wir vier, okay, 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 okay. So, ich würde sagen, wir hauen jetzt volle Kanne rein. So, du gehst hin und machst ein Video, ein Video zu Spielnummero... ...nummero... ...nummero... ...nummero, das hier. Zack, da machst du ein Gameplay zu. Und das Ganze machst du von selbst. Zack, und du machst das gleiche, zack, du machst auch ein Video, aber nicht an der C, sondern am 3DSE... ...nein, das Spiel, du machst, äh, was hierzu zu Kinect-Triod? Am Arbeitsplatz Nr. 2. John hat wieder Bock auf uns. Ne, Marc und wieder. Zack, Arbeitsplatz Nr. 2, da haben wir eine 2K-Auflösung. Zack, 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 zack. Das Ganze machst du auch automatisch. Und wir gehen auch hin und nehmen ein Video auf. Zack, gehen noch mal nach oben hier. Spiel wählen, zack. Und das Ganze nehmen wir... Spiel wählen, zack. Das Ganze nehmen wir auf. Auf dem 3DSE. So, zack. Und das Ganze machen wir dann mal am Arbeitsplatz 3. Und danach müssen wir den PC reparieren. Der funktioniert hoffentlich noch. Okay, wir können wohl nicht an zwei Konsolen gleichzeitig zocken, oder? Wie verstehe ich das? Okay, sie ist am zocken. Gleichzeitig, wie wir den PC reparieren. Also, wir haben ja nichts mehr zu tun. Ah, ich wollte gerade sagen, was ist denn los hier? So, er ist auch noch beschäftigt. So, wir gehen hin und starten die Aufnahme. Hauen direkt volle Kanne rin mit. Erstmal im Intro. Läuft ein Intro. Dann regen wir uns ein wenig auf. Beziehungsweise werden uns ein wenig ernst und sagen, Hey, doch das Kacke, was hier passiert. Du hast eine schlechte Entscheidung gefällt dir, dein ganzes Geld geht verloren. Ach du Scheiße. Eine konstruktive Kritik. Was anderes? Was soll ich sonst raushauen? Anderes hatten wir ja nicht zur Möglichkeit. Spiele Intro. Ik half laps und hab dich mal die Sachen für später aufspannt. Du hast ihn gefunden. Da feiern wir doch. Zack, was haben wir hier jetzt noch und lüst den Kommentaren raus. Wir hätten langen Kommentaren machen können. Egal, juckt nicht. Hier haben wir jetzt was. Wir versuchen realistisch zu spielen. am ende warum kriegt denn immer nur seinen sohn kack zusammenfassung des spiels daumen lang kommentare ein tag immer noch doppelt hier aber auch eine singende kritik ja aber die hat nicht gepasst okay du hast ein verstecktes item gefunden darüber freuen wir uns doch würde ich sagen ich würde ja einfach den kommentar aus und kümmern und letzter handlungswechsel eine verabschiedung mit kurs hauen wir hin zack fertig da haben wir mal dein ergebnis das sieht gut aus das können wir hochladen und bei dir sieht das genauso gut aus das gefällt mir zack und du lädst das video auch und ich weiß dass wir gleich noch machen Aber was mit nur unten? Ja, das ist aber nur das Ende, ist das Problem So, unten, unten, unten Was können wir hier reinpacken? Theorie hat eigentlich das Und da können wir mit das Ende machen Das hier wäre aber auch okay Dann hauen wir dann raus Wir haben mal das hier komplett raus So, dadurch haben wir dadurch ein bisschen Platz Wir könnten jetzt Wir brauchen was mit unten und oben Ich würde das hier gerne auch dazu nehmen Wir brauchen nämlich das hier Was haben wir denn dazwischen? Dann haben wir einfach das hier dazwischen Das passt aber nicht Ja, und das hier dazwischen Kriegt ja auch nichts Wir brauchen was mit oben Unten und oben Jetzt das ich stattdessen mache Das kommt noch beschissener Die, 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 die Dann machen wir Und es bleibt nichts anderes übrig Ich kann nur das hier reinhauen So, zack Dann hauen wir noch hier weichen Fokus rein Wir hauen reibungslosen irgendwas rein Reibungslose Bewegung Dann hauen wir noch den ganz Standardscheiß rein Wobei Halbe zur Ordnung brauchen wir gar nicht mal Bestell das in den unstelligen Kontrastein So, zack Du verlierst aber nicht Du sollst mir hochladen Ich bin noch dabei gerade Mann, Leute Chill doch mal So Wir haben jetzt noch Ein wenig Zeit Das heißt, sie geht jetzt noch mal ein Video drum machen Danach habe ich etwas vor Hast du Kurz Wir gehen Nee, wir gehen einmal Wir gehen einmal Du musst erst einkaufen Bevor du schlafen gehen kannst Was will die denn? Nee Tatjana, hau ab Tatjana, tu mir leid Ich habe keinen Bock auf dich Weil die blöde Kuh Weißt du, lädt uns zu einer Party ein Und hat sie nicht mal Bock Auf der Party mit uns zu reden Nee, 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 nee Den hier ein Hört sich nicht motiviert an So, wir müssen was kaufen Was Neues Topseller Das hört sich gut an Das hört sich In der PSP haben wir gar nicht Äh Da Wow 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 3DSE Und für den PC holen wir uns auch noch was Hier, zack Gekauft Stop, Little Penguin Hatten wir doch erst Äh Für den PC bitte Die Cast of Sword Zack Holen wir uns Zack Alles bezahlen 3.500 Müssen wir behalten Okay, okay, okay So Wir gehen jetzt nach oben So, da kommt das erste Spiel Geht immer schneller nach oben hier So, ab ins Bett So, das machen wir auch noch auf Danach gehst du was futtern Und danach machst du ein Unboxing So, und du gehst jetzt hin Machst ein Video Zu dem Spiel Was jetzt gerade hier gekommen ist So, dazu Zack, machst du ein Gameplay Das machst du hoffentlich von ganz alleine An Arbeitsplatz Nummer 2 Zack, geh hin Mach das Und du machst auch ein Video Zu dem Spiel von gerade Was noch gekommen ist Äh 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 Hierzu Zack Was soll Aber ist das Nummer 3 Muss ganz ehrlich sagen Ich fand das chilliger Als ich vergelte Den Das fand ich etwas chilliger Ah, das frisst so viel Zeit Alles gerade Ich will noch was machen In diesem Video Was bestimmt das Das machst du Nummer 1 Machen wir da Zack Mit einer Omniausgabe Hauen wir rein Zack 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 Oh, wir könnten jetzt ein Raffling raushauen Ich koste schon mal ein wenig viel Geld So, du startest die Aufnahme Wir haben aus einer Begrüßung und Nachahmung Wir haben aus einer Begrüßung und Nachahmung Wir haben aus einer Vollkanne raus hier So gut wie wir können Äh Ladebildschirm und Hinweis Machen wir einen sarkastischen Kommentar Hätte gerne die Sachen mit extra Punkten Hätte ich gerne mehr Hier ringen wir uns ein wenig auf Wir holen uns einmal die besten Punkte Die wir haben Raus Jemand tötet dich unerwartet Hauen wir einen fachlichen Kommentar zu Hier gibt es einen langen Kommentar Zack Extra Punkte Ein singender Kommentar Und zu guter Letzt Haben wir nur kurzer Kommentar Wir haben auch noch hier was hinten Wir kriegen wir was schöneres Toll Feierlicher Schrei Punkte verballert Egal Und unerwartet die Kommentare Zack Dann sind wir auch schon fertig Oh Schade So Zack Hier Das hier hin Das kommt daran So Haben wir hier was Was hier ran passt Nein Dann nehmen wir Tisch Hast ja noch viel besser Und dann kommt das hier ans ende Zack Dann machen wir hier Und ihn hier Und ihn hier Zack Interesse ist sehr hoch Das ist gut Wir sollten mehr am Boxen machen Das machen wir dann auch auf Dauer gesehen Am meisten Kohle Zeige mal dein Ergebnis Das sieht gut aus Haben wir raus So Und du genau So Zack Zeig mal dein Ergebnis Oh Das ist sogar sehr gut Dreaming Dating Okay Lassen wir uns nochmal ein Video Zum Streaming Dating machen Was du an Arbeitsplatz Nummer 1 So Kannst du direkt anfangen Die Omnia Ausgabe leider noch angehabt Egal Castle of Swords Scheiße Das haben wir doch erst verkauft Egal Was hat jetzt gerade erst eine Halb Oder wie Das machst du an Arbeitsplatz Nummer 2 Machst du es auch von alleine Mit der Mono Ausgabe Mit der Mono Ausgabe Vielen Dank Zack 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 So Wir gehen jetzt einfach nach oben Gehen Schlafen Danach gehen wir was essen Nein Ich möchte mich nicht unterhalten Sondern ich möchte jetzt Alexandria einladen Kommt irgendwie sofort her Sehe ich direkt hier bei uns Das Video geht zwar jetzt nicht mehr zu lange Aber ich möchte etwas tun Etwas was ich schon sehr 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 lange tun möchte Das sieht ein wenig falsch aus Was er da macht Okay Okay Nein Ich möchte gerade nicht Es tut mir leid Caitlin So Ich möchte einmal hingehen Ich habe eine monatliche Rechnung bezahlt Perfekt Und dann werden wir jetzt hingehen Und vorschlagen Hat uns ein Korb gegeben Ich wollte dir gerade einen Haaretsantrag machen Ja dann 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 Ich habe einen Korb bekommen Das Adresse ist hoch Was zu Screaming Dating Das ist schon mal gut Das ist echt schade Das machst du am Arbeitsplatz Nr. 3 Zack 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 Aber nimm mir noch was auf mit ihr Mein Gemeinschaftsprojekt Nimm mal eben auf Und du nimmst ein Video zu Und auf dem PC aufnehmen kann Das hier auf Ein Gameplay Aber es passt immer wo Zwei Und ich möchte mit Alexandria Ein Gemeinschaftsprojekt aufnehmen Und zwar zu Screaming Dating Zack Zack Cool Starten Zack An Arbeitsplatz Nr. 1 Zack Haben wir rin Haben wir rin Ohne Ausgabe Und eine Stereo Ausgabe Wir sind jetzt zu zweit Nee 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 Schätzle Lasst euch Zeit Wir haben 1,2 Millionen Abonnenten Das sind ein paar Danke, dass ich mein Spiel einfach minimiert habe Du 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 Jetzt hauen wir rin So Du startest die Aufnahme Wir hauen raus An einem Grüße mit Nachhabe So Ein Larkastisch Wir können in ein Netzwerk rein. Das machen wir nächste Folge. Ich fände gerade noch wieder ein. Können wir jetzt noch was raus an hier? Ja. So. So. Zack, zack, zack. Zack. Die, 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 die. Hm, hm. War kein Unterschied, oder? Nee. So, und dann haben wir hier einmal noch alle Sachen raus, die wir kriegen können. Zack, rennen. Und das hat ein sehr gutes... Nee, wieso minus 25? Das ist schade. Egal. Zack, wir laden das Ganze hoch. Ich hab das total selbstbestimmt. Okay, viel Spaß mit dem Geld. So, wir kriegen jetzt mächtig Kohle rein. So, ich würde aber sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen 19.00 Uhr um da. Wir sind hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich würde mich darüber freuen, würde ich sagen. Hau da rein. Bestand. Tschüss. Tschüss. TNH. Tschüss. Tschüss. Tschüss.